Ihr habt gevotet und Jürgen Weißensteiner zu eurem Local Hero gemacht. Wir haben uns in das wunderschöne Enztal begeben und nachgefragt, warum Jürgen für seinen Verein unverzichtbar ist. Hallo Jürgen, erzähle uns, warum dich deine Fans zum Local Hero gewählt haben. Das ist eine gute Frage. Mit meiner Zweiermannschaft habe ich wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Und die lieben mich über alles, glaube ich, und darum haben sie mich auch gewartet. Ich bin 1995 zum Fußball gekommen und seitdem war ich jetzt immer dabei, entweder als Spieler oder als Betreuer oder im Vorstand oder Platzwart etc. Obwohl Jürgen nicht mehr am aktiven Spielgeschehen teilnimmt, ist er dennoch ein unverzichtbarer Teil des SV Steinach-Greming. Hinter den Kulissen des Vereins sorgt er für Ordnung und ist da, wenn man ihn braucht. Meistens bin ich schon am Vormittag da, richte alles her. Ich bin immer der Erste mehr oder weniger am Platz. Und meine derzeitige Aufgabe ist, Platz zu markieren und für die Mannschaften da sein. Adressen herrichten, alles organisieren, dass wir die Auswärtsspieler alles haben. Und ich war jetzt jedes letzte Halbjahr noch Trainer bei der Zweiermannschaft. Ich bin einfach ein Mensch, ich bin ein Vereinstyp, ich tue es so gerne und unter die Freunde, du hast viele Freunde und das Gefüge, der ganze Vorstand und die Mannschaft, das ist einfach geil mit denen zusammenarbeiten. Um neben dem Sport und Berufsleben für etwas Ausgleich in seinem Leben zu sorgen, verschlägt es den Steiger oft in die Natur. Hier findet er die Ruhe und die Kraft, die er im Alltag braucht. So, jetzt sind wir auf meinem Platz, beim Wasserfall, wie man sieht. Da entspann ich immer, da kann ich anschalten und mache meine Taktiken, meine Aufstellungen. Und da bin ich einfach gern, weil ich bin in der frischen Luft, in der Natur und es ist wirklich geil da, wie man sieht. Bevor wir uns von Jürgen verabschieden, haben wir ihn zur Lattenschuss-Challenge herausgefordert. Hallo, ich bin der Eismann und ich stelle mich jetzt zur Lattenschuss-Challenge. UNSTAPPABLE! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017